hallo und willkommen zurück zu dead by daylight ja wie man sehen kann wir zeigen mal wieder mit dem uni wir haben natürlich eine sehr tolle map bekommen es ist die ist wirklich sehr toll vor allem uni ich habe irgendwie mit dem uni immer das glück dass ich in so intro maps komme ich glaube wir hatten schon zweimal die schule gehabt wo ich mir denn denke wow einfach nur wow gibt es da gar nicht das gibt's doch nicht kaum schon diese hat auch definitiv die gruppe die zusammen gehört weil die haben alle vier partyluftschlank geschmissen ja wirklich alle vier partyluftschlank geschmissen die drei haben partyluftschlank und einer hat so diesen grünen umschlag geschmissen ich denke mal die werden alle zusammen gehören mit großer wahrscheinlichkeit ja 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 schade jetzt haben wir aufs losgelassen wieso hat der komm schon Schade, die haben sie noch an der Rechtsseite. Schade, dass die nicht in die gute Phase gekommen ist. Schade, schade, schade. Ist es schade? Oh Mann, ist das schon wieder schade hier. Ach, war ihnen auch diese scheiß Indoor-Map, gell? Da hab ich ja mal überhaupt keine Lust drauf. Aber was will man machen? Was will man leider machen? Oh ja, du kriegst gleich einen Haken. Sehr nett von dir, mein Freund. Finde ich sehr freundlich. Da hab ich doch richtig gehört. Die springen ja die ganze Zeit irgendwo gerade runter. Senden's Glodett. Alter, wie schnell kriegst die? Oh, die haben schon zwei Chains durch. Naja, es ist halt wirklich... Wie gesagt, ich denke mal, das wird wirklich eine Gruppe sein. Weil die hatten dreimal Party-Luftschlangen dabei. Die hatten halt dreimal Party-Luftschlangen dabei. Ja, es ist mir klar, dass du das umschmeißt. Danke schön, danke. Dann machen wir das einfach so. Dann kommst du auch ein Haken. Ich meine, da haben wir wenigstens schon mal einen fünften Hook. Dankeschön. Ja, schön gemacht. Schön, die Ballette umgeschmissen. Mach weiter so. Gib mir mehr. Ich will es. Dann nehmen wir dich einfach raus. Ja, ist mir wirklich gerade schade, gell? Oh, was soll ich mal machen? Oh, ich weiß ja doch gar nicht. Na, meine Gute. Ich glaube, wir werden... Die anderen haben wir aber auch schon mal gehangen, oder? Die hingen jetzt alle... Das Tolle sind alle vier Chansy unten. Und der Jen ist auch wieder super weit gewesen. Tja, meine Gute. Das klappt nur 20 Mal bei mir. Mein und 20 Mal ist es dann vorbei. Ich finde die Clotette immer so süß, wenn die immer so voll erschrocken ist. Es ist halt nur doof, dass ich wieder meine Kraft nicht so wirklich einsetzen kann, wie ich es gerne hätte. Ärgert mich nur wirklich selber ein bisschen. Ärgert mich gerade, wie gesagt, selber gerade wirklich ein bisschen. Dass ich meine Kraft nicht so einsetzen kann, wie ich es gerne hätte. Ja, okay, du springst. Dann gehe ich wieder runter. Wir können aber auch mal ein bisschen kommen. Aber wir lassen mal bam bam. Lassen wir bam bam sauer werden. Ah, verdammt. Warte mal, wir müssen mal... ...irgend den Jen hier... ...irgend den Jen hier. ...irgend den Jen. ...irgend den Jen. Ja, schade, das ist halt... Ich finde es halt auch wirklich, es ist zu verwinkelt hier drin. Uh, sie hat flink dabei. Oder ne, Sprintboost ist das ja. Sprintboost. Sie ist ja nirgendwo, sie ist ja nirgendwo drüber geschwungen. Uh, warum läufst du einfach weiter? Uh, der war gut, der war gut, der war gut. Komm, lass'n die Kleine hier. Okay, hast du Glück, der Haken ist schon fort. So, da sitzt jemand irgendwie dran, aber du bist jetzt tot. Ich glaube, du musst jetzt tot sein, oder? Kommst du jetzt beim Sterben ums Leben? Jo, du kommst beim Sterben ums Leben. Sehr süß. Sehr süß, das hat mich fast erregt. Oh, hier hinten ist sie. Auuuu. Uuuu. Scheißegal, wir lassen den einfach. Okay, sie versucht mich hochzulocken, dass er den Gendor sprügeln kann. Aber wie gesagt, ich sag mir, wenn ich hier drei Kids kriege... Uuuu. Der war gut. Der war wirklich dufte. Der war gut. Tokio, wir haben richtig. Sehr süß. Ihr seid echt gerade mies, Gelle. Dieser scheiß Indoor-Map, ne? Hier müssen wir lang. Sie läuft noch oben rum. Ich weiß nicht, wo es hier noch Paletten gibt und wo es keine Paletten mehr gibt. Oh, jetzt hat er mich verarscht. Warte, der ist hier irgendwo. Äh, mein Freund. Ich hab dir gesagt, der ist hier irgendwo. Ach, hier ist sogar ein Haken drin, guck mal. Na, sag dir mal, wo ist er denn? Oh, es gibt doch nichts. Komm schon. Wo ist sie? Wieso kommt sie nicht? Doch, sie rennt hier. Sie ist da, sie ist da, sie ist da. Ja. Ja. Schade. Ach, dass er jetzt erst das vorrennt, das war jetzt nur schade. Ich hab gedacht, wir kriegen sie. Oh, keine Palette mehr, meine Gute, ne? Den Hitpick mal. Hm. Wow. Ich glaube, das wollte sie gar nicht mehr. Wollte sie das oder sie wollte das nicht? Keine Ahnung. Das war jetzt wirklich gerade ein bisschen miese Sache, oder? Wieso hat sie das jetzt getan? Aber wir kennen das ja, das ganze Spiel. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und dann mal sehen, wer als erstes die Luke findet. Ich würde sagen, wer super, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet, ne? Und dann mal sehen. Oh, das war jetzt ne miese Nummer. Aber der ist bestimmt schon oben. Ich werde lachen, der ist schon oben. Die sind halt hier auch wirklich sehr uneinsichtig, die denken, oh hier, oh hier, das war hier. Die Palette des Schmerzes. Ich muss halt wirklich, das ist nun halt jetzt wirklich die Frage, gell, ne? Es ist nun, ja, ich glaube, ehe wir da drüben sind oder ehe wir dann wieder zurück sind, ist er definitiv raus. Aber ich danke euch auf jeden Fall, wie gesagt, schon mal fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ist natürlich wieder traurig gewesen, dass wir wieder nur hier nicht, ja, dass wir wieder auf so einer scheiß Inter-Map gewesen sind. Ist natürlich echt schade gewesen. Aber wir haben trotzdem gut Kills gemacht. Gut Hooks, 11 und 12 bis jetzt. Ich denke mal, er könnte bestimmt raus sein. Also er kommt bestimmt raus, denke ich mal. Aber egal. Okay, ne, ich sage ja, er ist schon raus. Und er geht halt von nicht raus. Ja, okay, dann sage ich, das war's für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, ja. Freut dich, dass du lebst. Komm, tschüss. Ne. Haut rein. Geht doch nun endlich Mama an. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehehe. Untertitelung des ZDF, 2020